Hallo Nation, seht euch nur dieses Statement von Schlotterbeck an. Aber zunächst einmal, wenn Sie ein treuer Fan von Borussia Dortmund sind und mehr Informationen wie diese möchten, empfehle ich, den Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, da ich alle Neuigkeiten verfolge und sie hier aus erster Hand auf dem laufenden Halt sind. Zurück zum Thema. Im letzten internationalen Doppelpaket der deutschen Fußball-Nationalmannschaft vor der Nationalmannschaftsauswahl für die Europameisterschaft im Sommer 2024 hat Trainer Julian Nagelsmann Nico Schlotterbeck von Borussia Dortmund entlassen. BVB-Mitspieler Mats Hummels beklagte daraufhin, dass Schlotterbeck zu wenig wertgeschätzt werde. Nun hat der 24-Jährige sein Amt übernommen. Es ist verrückt, wie dieser Junge immer noch so wenig Anerkennung findet, schrieb Mats Hummels kürzlich zu einem Foto, das er in den sozialen Medien gepostet hatte und das ihn neben BVB-Teamkollege Nico Schlotterbeck zeigt. Schlotterbeck ist ein Top-Verteidiger. Nach dem beeindruckenden 5-1-Sieg von Borussia Dortmund am Samstag gegen Augsburg, bei dem Schlotterbeck 27 Minuten zum Einsatz kam, äußerte sich der Verteidiger nun zu den gewählten Worten von Hummels. Ich war froh, dass Mats das gesagt hat, sagte Schlotterbeck laut WAZ. Damit Sie keine Informationen wie diese mehr Flecken hinterlassen, hinterlassen Sie ein Like auf dem Video, damit YouTube weiterhin Videos für Sie teilen kann. Und vergessen Sie nicht, den Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, damit Sie keine Neuigkeiten von unserem Team bemerken. Und das ist eine Umrüstung und ein Abschied.